Guten Tag, schön, dass Sie sich für das IPR-System, das Original des elektronischen Stützstiftes, interessieren. In diesem Film erhalten Sie die Basisinformationen, um eine IPR-Vermessung Schritt für Schritt korrekt durchführen zu können. Bitte beachten Sie, dass dieser Lehrfilm lediglich das notwendige Grundwissen hinsichtlich der durchzuführenden Abläufe darstellt. Er kann und soll in keinem Fall den Wissenstransfer ersetzen, den Sie während eines praktischen Kurses bei einer unserer IPR-Referenzpraxen erfahren können. Noch ein wichtiger Hinweis. Eine korrekt erstellte IPR-Messschablone ist die grundlegende Voraussetzung für den erfolgreichen und fehlerfreien Einsatz des Stützstiftsystems. Wir empfehlen deshalb die Zusammenarbeit mit IPR-Partnerlaboren. Diese haben spezielle Kurse durchlaufen und werden auf der IPR-Internetseite aufgeführt. Für weitere Detailinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Viel Freude und Erfolg mit dem IPR-System. Ihr IPR-Team participated in der IPR-Teilung. Wir beenden diesem